WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, und ich benutze Ola und auch die pierslose Kolbe, die sind zum Flur. Ha! Bier den Quark rein, Freunde! Ich küsse dir später! Geiler Ball! Das ist noch ein Adello von mir, ich hab schon verraue Lippen. Aber ich weiß nicht, dass du nicht aufsteckst. Aber echt, ne? Ja, man ist richtig nicht aufsteckst. Ja, ich war grad er... Egal ich doch, der Bicke, doch! Ja, schau mal! Ja, da bin ich doch! Ja, schau mal, Jo! 6.16 Uhr, drückst du den Fuss, 2.4,5 und Prachtestand! Ja, da sind viele besser und besser. Danke. Danke. Grüß euch, Kinder. Weißt du, was ich am Schweig halt auch nicht mag? Schau dir mal die Linie nach. Absolut. Schön, die Linie. Einmal, einmal. Los, los, los. Immer noch. So ist es. Wir können auf jeden Fall sechs, drei Seiten liegen und richtig hinlegen. Jetzt machen wir beide sehr gut. Ja, ich bin auch der Ringwäste. Lasst uns doch auf, um den Buschen reinzunehmen. Guck bitte. Ja, das kannst du auch nicht anhören. Dann ist ja der Schnee dabei. Aus! Wie ist das? Ja, das ist ja der Ringwästeig. Ja, zwei, zwei, drei. Ja, zwei, drei, drei. Ja, drei, drei. Werner, ich mein, spitze da vorne. Äh, von... Guck mal, ich hab das... Ich denke, die waren mir wichtig. Das war mir wurscht, er ist wichtig. In manchen Momenten. Steck, steck, steck! Das ist ja gut. Der hat sich nicht mehr so... Stich, stich, stich! Der hat sich voll assisch gemacht. Jaaa! Wir werden extra wieder... Wir werden extra wieder... Wir werden extra die Linie wieder rein! Ja, 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 ja! Und dann zurückgehen jetzt, und dann hörst du die Linie wieder rein. Ja, das beobacht die ganze Zeit. Jedes Mal! Was? Ich hätte noch mal... Ich hätte ihn mal eingefriert. Ich hätte ihn mal eingefriert. So! 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 Und damit haben wir zu dir Fälle für... Rutsch, wir müssen zum Schluss... Julian Spannkort! Und dazu führen wir alle auf. Das könnte der letzte Ballwechsel dieses Jahr alles hier sein. Also kommt's auf die! Macht die Stimmung! Jetzt noch mal nach Hause liegen! Und da ist das Ding gleich den ersten verwandelt. Somit gewinnen! Der Rutsch, wir müssen uns... Julian Spannkort! Hier! Am Stadtplatz in Deckenbach, der BVP, die Schmaß, den Schleif, die Stimmung, die Stimmung! Rauskommt! Aber hier... Ich hab schon fast einfach... Ich hab jetzt eigentlich kurz die Frage an euch... Wie hat's euch denn gefallen? Ich wollte hier so am Stadtplatz... Sollte wir was öfter machen? So einmal im Jahr... So kenne ich was? Ja! Ja! Ja, dann bitte ganz laut! Jetzt glaubst du, das reicht doch nicht! Soll man sowas öfter machen? Ja! 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 Vielen Dank, dass wir uns zum Beruf haben, wo es passt.